Moin zusammen! Heute soll der Quartvorhalt im Allgemeinen und seine Verwendung an drei Beispielen im barocken Choralsatz bei Johann Sebastian Bach betrachtet werden, inklusive einer Sache, die mich zunächst stutzen ließ, die vielleicht aber auch ganz normal ist. An Vorhalten sind nach der meines Erachtens gängigsten Definition drei Positionen beteiligt, die sogenannte Vorbereitung, in der der im folgenden Akkord dissonante Ton, eben der Vorhalt in derselben Stimme gebracht wird. Darauf folgt der Klang mit dem Vorhalt, der in einem Akkord meistens einen eigentlichen Ton eben vorenthält. In der Regel liegt dieser Ton eine Sekunde über dem eigentlich gemeinten Ton. Beim Quartvorhalt wird die Quarte anstelle der Terz gespielt, beim Nonenvorhalt die None anstelle der Oktave, beim Septimvorhalt die Septime statt der Sechste und so weiter. Der Vorhalt wird also immer nach der Dissonanz benannt, die über dem Grundton klingt. Bei der Auflösung über dem vorher schon erklingenden Grundton schließlich wird die Dissonanz in den eigentlich gemeinten Akkordton geführt, in der Regel abwärts. Ich werde heute mit einer Definition arbeiten, die noch etwas enger ist. Im Kurzdurchgang sind das dann folgende Punkte im vorangegangenen Akkord wird vorbereitet, wie hier gesagt, auf schwerer Zeit. Auf schwerer Zeit dissoniert dann dieser Vorhalt. Der vorenthaltene Ton erklingt dabei nicht. Die Auflösung erfolgt im Sekundenschritt abwärts über gleichem Grundton, wie wir es schon gehabt haben. Es sei aber angemerkt, dass es Theoretiker gibt, die diese Definition ausweiten, sodass es für Vorhalte keine Vorbereitung braucht, dass dieser über Sekundenschritte meinetwegen erreicht wird. Das wäre bei mir dann ein schwerer Durchgang oder ein halbschwerer Durchgang, je nachdem, wo der Mitre steht. Dann gibt es Vorhaltsdefinition, wo der vorenthaltene Ton gleichzeitig erklingen kann und welche, wo auch Vorhalte aufwärts geführt werden können und so weiter. Das, was hier jetzt steht bzw. von mir noch ergänzt wurde, ist die Definition, die mir an den allermeisten Stellen allerdings begegnet ist, auch in dieser Enge. Exemplarisch arbeiten wir heute mit dem Quadvorhalt. Hier eine schematische Darstellung. Ich spiele es einmal vor. Das E, die Terz des Zielakkordes C-Dur, wird hier durch die im vorgehenden Akkord erscheinende Quarte F. Diese bezieht sich auf den erklingenden Grundton C, vorenthalten. Dieses F löst sich dann in die Terz auf und diese Auflösung ist, denke ich, bei den meisten von euch in der Hörerwartung auch schon abgespeichert, sage ich mal. Die Vorbereitung, die Dissonanz und die Auflösung müssen, das ist auch noch wichtig, in derselben Stimme erfolgen. Hier geschieht das alles im Alt. Entsprechend muss dieses F, was wir als Dissonanz haben, auch im vorhergehenden Akkord auftauchen, in derselben Stimme vorbereitet werden. Also das geschieht hier in dem F-Dur, was im ersten Akkord erklingt. Also Vorbereitung. Der vorbereitete Ton wird zur Dissonanz und löst sich danach auf. Der vorhergehende Akkord müsste in diesem Fall übrigens nicht F-Dur sein, das könnte auch D-Moll sein, es könnte auch eine Septime in G-Dur sein. Dazu gibt es auch ein Video hier auf dem Kanal, Link unten in der Videobeschreibung. Was wichtig ist, ist, dass das F in derselben Stimme erklingt, zur Dissonanz wird und aufgelöst wird, dass das alles in einer Stimme passiert. In dieser Reihenform kommt der Quartvorhalt auch im Bachschen Choralsatz vor, etwa in der Nummer 25 der Richterausgabe. Hören wir es uns mal an. Die Vorhalte, das kann ich jetzt schon sagen, werden in diesem Video immer im Alt auftauchen. Es gibt also zwei, drei Dinge, die man vielleicht da erklären kann. Ich würde empfehlen, das Video zu pausieren und sich kurz Gedanken über die Vorhalte jeweils zu machen, die Position zu benennen und zu sagen, was da vielleicht anders ist, als wir es bisher gehört haben. In diesem Fall aber alles mustergültig. Der dissonierende Ton ist das A an dieser Stelle. Vorher erfolgt die Vorbereitung im Alt, wie schon erwähnt. Und dann die Auflösung in dieser Stimme. Der Septimdurchgang, mit dem das Ganze hier in der Kadenzsituation, in diesem Fall der Schlusskadenz verbunden wird, ist ebenfalls sehr typisch und wird uns in solchen Kadenzsituationen immer wieder begegnen. Sogar, ich würde sagen, im Regelfall. Ein Quartvorhalt kann allerdings auch figuriert werden und zwar nicht nur rhythmisch. Schauen wir uns doch dieses Beispiel hier mal an. Hier ist wiederum das A, der dissonierende Ton an dieser Stelle. wird vorbereitet im Alt und über Umwege auch aufgelöst. Da ist figurativ noch einiges andere los. Das vorletzte A im Sopran ist eine Antizipation und im Tenor gibt es diesen halbschweren Durchgang dissonierender Art über das Cis zum D, der Septime des E-Dur-Akkordes. Ja, aber was meines Erachtens wirklich ins Auge fällt, ist dieses Ausweichen nach oben in der Vorhaltsstimme, was die Auflösung in die Konsonanz, das Gis, die Terz, verzögert. Meines Erachtens kann man diese Figuration als obere Wechselnote auffassen, dass das hier eigentlich gemeint ist, aber dass man anstelle zurückzukehren zu dem Ausgangston direkt in die Auflösung hineinspringt. Das ist also auch möglich bei der Behandlung des Quartvorhaltes, dass man die Auflösung in dieser Form verzögert. Dass alle anderen Stimmen, sage ich mal, figuriert werden können und dass unser Quartvorhalter nicht mehr so klar vor Ohren vielleicht steht, wie in dieser Reihenform, die ich zuvor vorgestellt habe, das ist denke ich auch nur natürlich. Hier habt ihr eine Möglichkeit, wie man das ein bisschen elaborierter, sage ich mal, ausarbeiten kann. Das vorangegangene Beispiel übrigens aus der Nummer 18 der Richterausgabe, dem Optimistischen, alle Menschen müssen sterben. Ein letztes Beispiel, was mich überrascht hat, ist folgendes aus Ach Gott, wie manches Herzeleid Nummer 9 der eben erwähnten Ausgabe. Hier erscheint der Quartvorhalt auf der 2 eines Dreivierteltaktes. Bis vor ein paar Tagen waren mir lediglich Beispiele bekannt, die diesen Vorhalt im Dreivierteltakt auf die 1, also die absolut ganz und gar schwere Zeit des Dreivierteltakts setzen. Und ich behaupte auch, dass im Viervierteltakt lediglich die Zählzeiten 1 und 3 für den Quartvorhalt in dieser Form in Frage kommen lassen, mich aber gerne eines Besseren belehren. Hier halte ich zwei Erklärungsansätze für diese metrische Position des Quartvorhalts für plausibel. Also entweder scheint die 2 im Dreivierteltakt ebenfalls als schwere Zeit interpretiert werden zu können. Das heißt, wir hätten hier zwei aufeinander folgende schwere Zeiten. Und dementsprechend könnte man dann auch hier eben diese metrisch schweren Vorhalte setzen. Oder aber, das wäre eine zweite Interpretation, dass wir im Quartvorhalt einen gewissen metrischen Zug haben, der sich auf die nächste schwere Zeit ausrichtet. Und dass er dann hier quasi floskelhaft von der 1 auf die kadenziert wird, ausgerichtet wird. Dass wir sagen, hier müssen wir hin. Das ist die schwere Zeit. Und der Quartvorhalt im harmonischen Rhythmus, den wir hier insgesamt annehmen, der muss halt eben zwei Schläge vorher sein. Was mich anbetrifft, wieder was gelernt, als ich Stellen rausgesucht habe. Vielleicht nimmt der ein oder andere hier auch was mit. Würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich einen schönen Tag. Über ein Like oder ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und weiterführende Anmerkungen und Fragen gerne in die Kommentare. Macht's gut und ciao.